Die ersten Folgen von der neuen Skibbity Toilet Serie sind mega gut bei euch angekommen, deswegen schauen wir uns heute direkt die nächsten Folgen von Skibbity Toilet Como 6 an. Die krassesten Animationen und Texturen, die es im Skibbity Toilet Universum gibt. Die nächste Folge ist Folge 4 und... Was? Ist das Halloween? Sind die Halloween-mäßig on the road oder was? Wo? Wo? Was haben... Was geht denn hier ab? What the... Alter, was sind das für Dinger? Hauptsache die Skibbity Toilets haben Angst. Hä? Wohin sind die unterwegs? So eine riesige Skibbity Toilette und irgendwelche Kürbisspinnen. Oh! Alter! Und G-Man ist da und verteidigt die. Alter! Ey, diese Serie sieht so krank aus, ne? Oh, die kleine Toilet ist weg. Und da... Oh! Alter, was? Junge, was war das denn bitte für ne Volke? Oh, und G-Man wurde da... Eingegraben? Und... Was ist das denn? G-Man will nicht? Will er... Will er einen Lolli vielleicht? Hä? Was ist das, Mann? Was zur Hölle habe ich mir hier gerade angeguckt? What? Und in der nächsten Folge geht es genauso weiter? War das so ein Halloween-Spezial oder was? Wahrscheinlich. Und die Animationen sind halt trotzdem on point. Wie gut das einfach aussieht. What the fuck? Was geht hier ab? Was ist mit Skibbidi-Toilet passiert? Oh, oh. Das haben alle gehört. Jetzt gibt's Ärger, Bro. Ja, haut besser schnell ab. Oh! Uh, jetzt werden die alle fertig gemacht und abgespült. Oh, oh. Was war das für ein kranker Übergang? Alle machen sich lustig. Was war das? Oh, das Ding ist schon wieder hier. Oh, und diese Kürbis-Toiletten. Was sind das für Viecher? Kürbisspinnen oder so. Ah ja. Aber Titan-Speaker, man. Räumt hier erstmal ordentlich auf. Let's go. Was? Was ist mit dem Ding los? Sie schieben das auch darüber? Und jetzt? Ja. Happy Halloween. Alles klar. Einfach irgend so'n... So'ne Halloween-Special-Folge. Was geht ab? Aber wenigstens... Wenigstens sah Speakerman cool aus. Aber ich denke, wenigstens in Folge 6 ist es jetzt wieder normal. Oder? Was? Hat der einen Brief abgegeben? Hä? Stoppt den Krieg. Was? Wie? Die wollen den Krieg stoppen. Die Toiletten haben keinen Bock mehr auf Beef, oder was? Jo, er zieht sich... Scientist Toilet, haut sich Jägermeister rein. Junge. Ist das hier jetzt ein Thanksgiving-Fest, oder was? Oh, what the hell? Er haut sich hier ein Schokobrötchen rein. Schokobrötchen... Ah, so essen die. Die stecken sich das einfach in den Hals. Perfekt. Und die Toiletten essen wie Tiere. Ihr habt nichts anderes erwartet. Na, ich wollte gerade sagen, biefen die sich jetzt ums Hähnchen. Na klar. Bodenlos. Die... Jetzt hauen die sich ja auch noch mit Tellern. Wer... Alter, die schmeißen mit Messern und Gabeln. Tja, das war's wohl mit Stopp den Krieg, hä? Stopp den Krieg ist vorbei. Das war's. TV... TV-Woman? Teleportiert sich weg wahrscheinlich, hä? Ja. Besser ist das. Alter. Ist einfach direkt eskaliert beim Essen. Er gönnt sich erstmal. Er kriegt auch noch was zu futtern. Und... Oh, die haben Cameraman gefangen genommen. Was? Ich meine, schaut euch mal Titan Speaker Man an. Und die Cameraman. Und die Toiletten. Wie krass das bitte aussieht. Damn. Zu der... Ohoho. Titan Speaker Man hat im Hintergrund einen vermöbelt. Hier sind Cameraman eingesperrt. Und die Wissenschaftler Toilette... hat Speaker Woman... hat Speaker Woman... gefangen genommen. Und... Yo, wird hier erstmal eing... eingekettet und wegteleportiert. Die beiden gehen jetzt raus, um zu kämpfen, oder was? Oder was haben die vor? G-Man und die Wissenschaftler Toilette. Und... Ohoho. Da ist Speaker Man. Der hier jeden zermöbelt hat. Und Cameraman. Die... Oh, er kann sich vergrößern hier in der Serie. Wie krank ist das denn? Junge, was war das für ein Punch? Cameraman... Cameraman ist infiziert. Cameraman ist infiziert und kämpft gegen Speaker Man. G-Man rettet Scientist Toilette. Und... Oh. Schafft er es, die Infektion zu lösen? Alter. Wie krank ist diese Animation, bitte? Yo. Ich meine, wenn ihr jetzt so die Szene hier seht, in welcher anderen Skippy-die-Toilette-Serie haben wir so kranke Szenerie, so heftige Texturen und so flüssige Animationen, wenn zwei Charaktere kämpfen. Das ist heftig. Absoluter Geheimtipp, die Chorus-Sig-Serie. Brutal. Wir schauen mal direkt, was in der nächsten Folge abgeht. Folge 2. Die Wissenschaftler Toilette hat Dark Speaker Man und Speaker Woman eingesperrt. Und... Jetzt fallen beide raus und werden von der Clown-Toilette gepackt und gefressen? Alter, was? G-Man ist aus irgendeinem Grund sauer. Achso, er will ihn essen. G-Man hat auch Hunger. Junge, jetzt biefen die sich hier, oder was? Was? Er schickt ein Hilfesignal. Und hier kommt... Hier kommt direkt die Antwort. Let's go, Mann. Es ist schon wieder Speaker Man am Start. Er rettet Speaker Man, Dark Speaker Man. Nice. Okay, das war eine kürzere Folge. Aber allein der Auftritt hier von Titan Speaker Man. Heftig. Wie er da einfach aus der Explosion aufsteht. Let's go. Schauen wir mal, was in der dritten Folge passiert. Von Komo Six. Oh, wer ist er denn? Ist das... Oh, oh. Wow. Irgend so ein Sklet-TV-Man mit Laseraugen. Der wird hier jetzt aber angegriffen von Helikoptern. Und... Dark Speaker Man. Okay, yo. Uff. Speaker Man, Speaker Woman erledigt. Und... Den Helikopter hat er auch platt gemacht. Bro, was ist mit ihm los? Dem Bruder geht's gar nicht gut. Da schnappt er sich Dark Speaker Man. Oh, wer ist das denn? Was ist das für ein Chitan? Dark Speaker Man gerettet? Und jetzt? Junge, was hat er denn für Spezialkräfte? Alter, er hat ihn einfach verdroschen. Yo, Daumen hoch. Let's go. Ey, das ist mal eine brutal kranke Serie, oder? Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch.